Mein Name ist Rolf John. Ich stehe hier stellvertretend für die UTS-Gruppe, bestehend aus der Firma UAT am Standort in Korb in der Nähe von Stuttgart und die Firma FMT am Standort in Limbach-Oberfrohne in der Nähe von Chemnitz. Wir zeigen hier auf der VOTEC Automatisierungslösungen für zukunftsfähige Konzepte für unsere Kunden und widmen uns hier dem Schwerpunkt der Teilautomation und der verkettenen Handmontage. Wir sind als UTS-Gruppe in der Lage, für unsere Kunden Lösungen zu erarbeiten aus dem Bosch Rexroth Montagetechnik-Baukasten. Wir sind zertifizierter Partner der Bosch Rexroth Montagetechnik und setzen seit vielen Jahren auf den bewährten Baukasten der Firma Bosch Rexroth, um aus diesen Komponenten hochverfügbare Produktionsanlagen für unsere Kunden realisieren zu können. Wir sind jährlich auf der MoTEC vertreten mit unseren Firmen. Für uns als UAT ist die MoTEC eine Ausmesse, weil sie in der Region stattfindet und wir haben einen guten Zulauf von unseren Bestandskunden auf unseren Stand, schaffen es aber auch jährlich, neue Kunden auf dieser Messe zu generieren und speziell für unsere Automationslösungen und konkrete Anfragen zu generieren.